Jo, Freunde, da bin ich wieder. Ich gehe noch an der selben Stelle, wo wir aufgehört haben. Das Spielchen kennen wir ja schon. So, wir gehen uns jetzt noch ein paar Seelenkrallen. Gucken wir mal noch, was wir hier für Quests haben. Das ist, was ich spreche. Die Frage ist, wo? Ach, da unten. Hier ist irgendwo ein Buch. Hier ist irgendwo ein Buch. Die Frage ist nur, wo? Wo ist dieses verkackte Buch hier? Der Aussichtspunkt oder was auch immer. Das haben wir auf jeden Fall hier angezeigt. Und hier wird mir noch irgendwo eine Seele angezeigt. Da ist sie auch schon. Da ist noch einer. Oh, wow. Das sind einige. Guckt euch das mal an. Also, sie sind hier wirklich noch gar nicht gewesen. Wirklich. Das weiß ich doch, wir sind hier schon gewesen. Aber wahrscheinlich unbewusst ist das gar nicht so wahrgenommen. Da muss noch ein Buch sein. Schon gefunden. Ich bin hier. So, was haben wir denn hier noch? Ein Buch. So ist es ein Aussichtspunkt. 14 von 30. Ist auch noch irgendwo eins. Boah, da ist es doch. Ruhe. A Dan Sol's Orientation Guide, Chapter 38. Imps. Little bundles of pure sin. These adorable mischief makers serve as perfect pets or slaves. Guck mal da oben. Let's see what these things can do. Die haben wir. Sehr gut. Obwohl es ein bisschen schwerfällig war, aber wir haben es. Der Rest zählt nicht. Der Rest ist mir egal. Jetzt gucken wir mal nach, was wir hier noch finden können. Jetzt gehen wir noch ein bisschen. Und da würde ich sagen, liebe Freunde, sind wir auch mit Saints Row Get Out of Hell durch. Also wirklich haben wir es geschafft. Fühle ich schon sehr nice. Somit auch dieses Saints Row endlich, endlich durch. Wuuh. Da oben ist auch noch eins. Ein Silus Del poisonous. Los. Okay, die haben wir. Und hier oben habe ich gesagt, ne? Haben wir auch. Hier ist irgendwo ein Buch. Wer ist es? Hier ist noch irgendwo. Okay, gehen wir mal kurz hier hoch. Rennen wir ein bisschen, dann kriegen wir auch die Seele noch. Jawohl, da ist sie. Oh, hier ist auch noch irgendwas. Das Theater des Theaters. Oh, da krieg ich auch Kohle für. Nice one. Nichts mehr. Hier ist noch irgendwo ein Buch. Wir müssen untersuchen. Ne, hier ist es doch. Die Spiele, die ich für Satan geschrieben habe, waren simple und formulaic. Die Kontexte nicht mehr so wichtig, als das die Aktion war consistent und spannend. Er hat nicht die Spiele für den Plot gesehen. Er hat sie für den Spiegel gesehen. A Damned Souls-Orientation-Guide, Chapter 37. Plaguebehrers. The men are just grunts with bigger weapons and a fancier title. But hey, it keeps the people happy. Muss auch noch irgendwo eins sein. Aber wo? Ach da. Drei von fünf. Oh, das war so ein Freak. A Demon. With a voice. You hate me working for Altor? Oh, would I sneak into her room to read soon? I'm not through with you, Dex. I'm not through with you, Dex. She would write these plays. These terrible, terrible plays. But the subject matter was happy and hope-filled. And that was enough for me. I was a fool to think, that those times could have lasted. Yeah! Krass, okay. Also, hier haben wir schon eine Menge wieder gefunden. Hier wird es jetzt ein bisschen schwerer wieder. Können wir hier irgendwo eine Seitengasse sein? Oder irgendwo oben? Oder irgendwo hier im Eingang? Ich weiß es nicht. Könnte aber sein, dass es da oben irgendwo ist. Hey, everyone has a hobby. Ha, kommentar gefunden. Alles klar. So, und hier müssen auch anderes sein. Genau, hier ist es. Hier müssen auch... ...seelenschwärme sein. Da ist wo? Wo könnte sie sein? Da ist eins. Vielleicht denke ich doch auf der anderen Seite. Das ist auch nicht. Oh, im Zwischenraum. Alles klar. So, und hier müsste auch ein Buch sein. Und auch hier wird es wieder Sucherei geben. Ne, hier ist es schon. 5 von 5, 6, 6. Sehr gut. Sehr gut. Oh, hier ist auch noch. Ja, und so wird es die ganze Zeit weitergehen. Das heißt, jetzt wirklich noch diese Rest... ...Seelen abklappern. Und, 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 und. Ah, da ist sie doch. Diesen Charakter hier voll out zu skilln. So, jetzt gucken wir mal gerade hier... ...was wir noch haben. Bestand, wo können wir noch weiter upgraden? Das darf doch nicht wahr sein. Maximal Blast. Maximal Sog. Vakuum Schaden 2. Ich denke mir, da wird es noch Vakuum Schaden 3 geben. Sag ich doch. Ja. Haben wir alles geskillt hier, ne? Haben wir hier noch irgendwas super Sprintmäßiges? Nee, ich glaube, da waren wir durch. Genauso wie bei den anderen. Äh, Beschwörungs-Aura. Der Hagel. Okay, da sind wir hier auch durch. Der Blast. Ach, das haben wir. Dauer. Schaden. Und die Verkettung. Nice. Jetzt wieder Seelen sammeln. Aber bevor wir da weitermachen... ...habe ich vergessen. Ui, Mutti. Upgrades zu kaufen. Waffen ist das letzte, was wir hier noch verwenden können. Und natürlich rot. Nachladen. Alle Goldmedaillen. Mini-Spielchen. Ich schaffe alle Schwurstturmen. Was? Kontrolliere alle Extrakten. Die machen wir noch. Müssen wir sie nur noch finden. Stopp, hier ist noch ein Buch. Irgendwo zumindest. Ach, das war das mit dem. Alles klar. Ich verstehe. So, gehen wir in das Extrakteorzentrum rein hier. Weil es nicht schon uns gehört. Es gehört schon uns. Alles klar. Was ist das? Ja. Woran erkennt ich denn, welche uns gehören und welche nicht? Ich glaube, das da hinten gehört noch nicht uns. Ich glaube, es gibt hier vier Ecken. Extraktionszentren. Jetzt gehen wir einfach mal rein hier. Oh, wow. Es gehört auch schon uns. Da, das gehört noch nicht uns. Definitiv nicht. Denn da hinten das. Dann haben wir alle vier Extraktionszentren. Oh, wow. Oh, wow. Isto Aber Ash, du gehst zu Dina. Wie kann ich das? So, gehen wir zum nächsten Raum. Und der letzte Raum. So, der gehört auch uns, alles klar. Ja, da ist hier das letzte Zentrum, hm? Let's see what these things can do. Da kommt was da oben ist. Oh, was da oben ist. Okay, das gehört uns. Eins fehlt noch. Da oben ist das. Oh, was da oben ist? Oh, was da oben ist? So, was da oben ist? Tja, fliegen wir mal hier rum. Irgendwo muss es ja sein. Irgendwo muss das scheiß letzte Zentrum sein.